Aber Platz hier. Der Boss muss hier mal ein bisschen aufräumen. Oh shit, hier sind sie noch. Im Haus. Aua. Ha, durch die Wand. So muss das sein. Durch die Ikea-Wand. So und nicht anders. Oh oh. Nebelgranaten. Ah komm. Locker machen wir das hier. Warte mal kurz nachladen. Nachladen, nachladen, nachladen. Und. Bababa. Keiner mehr da. Ach doch. Oh, tut mir aber nicht leid. Okay. Dann gehen wir mal in den Fahrstuhl. Mit dem Aufzug ins obere Stockwerk. Los, los, los. Ich treffe mich mit Harper. Okay. Wir müssen jetzt zum Solar. Ich bin Mike Harper, ich bin ein Navy SEAL. Lassen Sie die Finger von mir. Hören Sie zu. Die Erinnerung ist in Gefahr. Terroristen sind die da ihnen her. Terroristen? Wovon reden Sie? Chloe, die kommen von Raul Menendez. Oh. Wir sind unterwegs. Jetzt hier. Die übelste Disco. Da komme ich doch locker rein, oder? Komm hier, lass mal einen Boss rein. Laut ID ist er ein VIP. Ja, ja, sag ich doch. Ich bin hier VIP. Hm. So. Au, wow, 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 wow. Was gibt's denn hier oben? Schickes. Hm. Anscheinend nicht viel. Machen wir Platz. Oh. Cool. Die VIP VIP Launch. Wir sind auf der Tanzfläche. Wir sind unterwegs. Krass. Section, ich bin auf dem Balkon des Clubs in Position. Na dann tanz mal. Lol. Okay, wir gehen mal weiter. Yay, Disco. Woo, woo, woo. Hört ja gar nichts. Du, du. Wie komme ich da jetzt drauf? Gar nicht. Disco Pogo. Dingelingeling. Alle Bosse singen. Yay. Hey. Disco Pogo. Komm ich jetzt hier einfach rüber? Ja, geil. Mach mal Platz. Hups. Wir müssen jetzt gehen, Chloe. Section. Mindestens 10. Da sind sie. Oh. Er hat Geisel. Nicht feuern. Scheiße. Salazar, schießen sofort. Schieß. Kein Schuss fällt. So viele Geisel. Ach komm. Nein, Mann. Nein. Oh. Feuer eröffnen. Scheiße. Raus hier. Alle raus. Deckung. Den bekommen wir doch locker. Kommt schon, Leute. Okay. Links sind noch welche. Okay. Kommt schon. Wir gehen durch die Abtür los. Ja, ja, ich versuch's. Jetzt hier. Kommt schon, Leute. Wir schaffen das. Los, los. Na los. Ja. Okay, das war der letzte. Falco hat Karma. Wir verfolgen sie. Wir müssen ihre berührenden Orten, Farid. Wir können sie nicht vom Schiff lassen. Ja, los. Na, dann abmarsch. Dann wird's aber Zeit, Freunde. Da, 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 da. Scheiße. Scheiße, Mann. Hm. Was macht man da? Ja, Sprengsätze. Aha. Los, zum Atrium. Auf, auf. Wir müssen Karma retten. Was ist hier los? Scheiße, hier stürzt alles ein. Hören Sie, Sie müssen die Waffenkammer öffnen, um Ihre Leute zu bewaffnen. Hey, hey, hey. Hören Sie. Konzentration. Okay. 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 Die Sicherheit wird Karma. Na los. Was ist passiert? Oh, scheiße. Der Falco hat eine Bombe gezündet. Er hat das Mädchen. Gib uns Zugriff auf die Kameras auf diesem Deck. Los, beeil dich, Officer Miller. Ja, wird's heute noch, Miller. Meine Güte, ey. Alles muss man selber machen. Was gibt's denn hier, Schickes? Schlagring. Ui, ui, ui. Taser, Schlagring. Cool. Nicht schlecht. Okay, let's go. Lass die reichen Schnösel erstmal hier abhauen. Dann los. Okay, dann los. Los, Officers. Wir schaffen das. Verriez, der Falco. Ups. Was? Hä, das war doch kein Zivilist. Aber was soll denn das? Das ist ja unerhört. Also, nee, 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 nee. Das gibt's doch gar nicht. So, wir müssen weiter. Pass auf. Naja, ich darf doch nicht auf Zivilisten schießen. Tut mir leid. Wir müssen diesen Bastard, der Falco schnappen. Pass auf. Ach, scheiße, man. Jetzt kann ich wieder meinen C4 nicht einsetzen. Ups. Ah, hier geht's runter. Cool. Los, Officers. Ah, shit, man. Deckung. Aua. Fuck. Pass auf, da ist einer. Ein Halunke. Ah, den hab ich doch locker. Warte, ich beeil mich. Den bekommen wir, Leute. Den bekommen wir. Ah, shit, man. Nachladen, reloaded. Und. Zack, den auch noch. Okay, das war's. Wartet mal. Wartet mal. Hier geht's noch weiter. Okay. Na dann, auf nach oben. Los, Leute. Zack, Double Kill. Na los, Farid. Bang, die ganzen Teile hier weg. Bang, die Technik mal. Er blutet. Oh, wow, wow, wow. Ah, so muss das sein. Los, Booster. Boosti Boost, du machst das. Öffne das Teil hier mal. Bisschen Kraft. Zeig mal deinen 44er Bizeps hier. Oh, Mann, bist du schwach. Alle raus. Go, 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 go. Oh, oh. Scheiße. Ach, Mann. Jetzt müssen wir auch noch gegen die AGDs kämpfen. Das wird schwierig. Jetzt könnte ich mal meinen C4 einsetzen. Oh, oh, Deckung. Renn, Schlampe, renn. Okay, den ersten haben wir zerstört. Den zweiten. Auch. Komm schon. Ah, sehr schön. Warte, ich muss kurz nachladen. So, ich geh mal hier in die Offensive. Okay, weiter, weiter, weiter. Immer weiter vorrücken. Los hier. Da kommt nochmal zwei. Achtung. Jetzt zur rechten Flanke. Weiter, weiter, weiter. Pass auf, Sniper. Oh, Gott. Die dreckigen Camper. Müssen wir auch noch erledigen. Shit. Fuck, Mann. Deckung. Okay, den hab ich gleich zerstört. Wenn ich jetzt nicht sterben geh. Oh, gib mir mal Deckung. Danke. Shit, wo sind die Sniper? Warte, nachladen, nachladen, nachladen. Okay, let's go. Babababa. Okay, sie... Ja, den haben wir zerstört. Ah, hier ist noch einer. Okay, den haben wir auch zerstört. Nummer zwei. Aber einen hab ich noch hier gesehen. Hier irgendwo. Ah, immer diese Camper. Deckung. Ah, da ist noch einer. Warte, warte, warte. Ich beeil mich doch schon. Meine Güte. Jetzt action. Bam, bam, bam. Oh, Gott. Verpiss dich, Alter. Nochmal Deckung suchen. Und hier, Abmarsch. Jetzt hier nochmal alles geben, Freunde. Und weiter, 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 weiter. Shit, noch ein AGD. Roboter gegen Mensch. Wer gewinnt? Natürlich der Boss. Genau, so muss man das machen. Zack, und einen Nächsten. Verschwinde. Okay, weiter geht's. Weiter, weiter, weiter. Renn. Um dein Leben. Ihr müsst euch beeilen. Er ist fast am Evakuierungsdeck. Scheiße, Mann. Er wird nicht zögern, Kolossus zu versichern. Ja, wir beeilen uns doch schon. Shit. Hier lang. Nein. Shit. Wo müssen wir denn lang? Scheiße, die Sniper. Die gehen aber richtig auf die Nerven. Oh, Deckung. Das wird jetzt hart. Ah, Mann, ey. Außen, Hinterhalt haben sie mich nochmal platt gemacht. Schade. Tut mir aber leid. So, wo starten wir jetzt? Ah, okay. Ja, ja, lass mich erstmal nachladen. Der ist doch schon wieder hinter mir, dieser Hund. Zögern, Kolossus zu versichern und seine Spuren zu versichern. Okay, er ist tot. Los, los, los. Wir müssen diese Terroristen aufhalten. Mit allem, was möglich ist. Deckung. Oh Gott. Das wird schwierig. Wo sind denn die Dinger? Komm schon. Von hinten immer drauf. Okay. Zack. Das war der letzte. Hier oben sind noch welche. Oh, sorry. Ah. Los, los, los. Nachladen. Wir müssen weiter. Komm, 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 komm. Los, hier hoch. Deckung suchen. Okay, hier ist es ruhig. Zu ruhig. Hallo? Fuck. Mann. Hier ist keiner mehr. Okay, wir müssen weiter, weiter, weiter. De Falco, wir kriegen dich. Komm schon, komm schon, komm schon. Da ist er. Los, los, los. Scheiße, Mann. Schieß drauf. Wir müssen zurück zu Obama. Wieso ist das Mädchen so wichtig für Menendez? Hä? Zu Obama? Cool. Los, zurück zu Obama. Auf ins Weiße Haus, Freunde. Let's go. To Obama. Mo. Okay. Weiter geht's. Eine neue Eingreiftruppe. Mission ist verfügbar. Cool. Jemen. Wir haben... Ne, wie toll. Cool. Das machen wir doch. Russland-Außenminister hat die SDC formell als aggressive Gefahr für Frieden und Stabilität in der zivilisierten Welt angeprangert. Wenn sie ihn in Afghanistan erwischt hätten, wäre die Welt heute eine andere. Ciao. Das ist der Anfang vom Ende der SDC. Lassen Sie jetzt nicht nach. Dann sind diese Bastarde erledigt. Ja. In einer Stunde hat Agent Farid im Jemen die Information erhalten, dass einer der weltweit führenden Experten in Celerium-Technologie in einem Dorf gefangen gehalten wird. Unsere Superhirne unten haben kein Glück mit dem Celerium-Gerät, das wir aus Myanmar haben. Dieser Wissenschaftler ist unsere einzige Chance. Na, dann wird's Zeit. Unser Ziel ist unser Rundes-Tagir-Gebirge festgehalten, im Nordwesten des Archipels Sokotra. Er könnte in irgendeiner dieser Anlagen sein, wo er auch ist. Da wird's von Aufständischen nur so wimmeln. Ein Zugriff wie aus dem Lehrbuch. Mhm. Das muss verdammt leise gehen.